Herr Top, das ist nicht nur eine Mini-Eisenbahn, sondern auch eine sehr kleine, kompakte Eisenbahnanlage. Wie kommt das? Genau, das Thema Eisenbahn gibt es ja seit Jahrzehnten, ist immer wieder eines der klassischen Spielthemen eigentlich, vor allem auch für wachsende Männer. Klassische Zielgruppe bei uns ist eigentlich 40, 50 plus erfolgreich und hat Spaß am Spielen nach wie vor. Ja, aber jetzt haben Sie so eine Eisenbahnanlage in einen Koffer reingepackt. Also wie muss ich drauf sein, damit ich mit einem Koffer mit einer Eisenbahn drinnen durch die Weltgeschichte reise? Sieht ja keiner, der Koffer ist ja im Zweifel zu. Es ist tatsächlich so, dass wir sehr viele Kunden auch haben, die einfach wirklich Spaß haben an diesem Thema Modellbahn und spielen und die in erfolgreichen Positionen durchaus unterwegs sind, also gerade Manager, auch Techniker viele, die Spaß haben an kleinen Welten, an ihren eigenen kleinen Welten, die sie sich eben selber aufbauen oder natürlich auch als, ich nenne es mal neudeutsch, Instant-Spiel in einem Koffer auch gerne mitnehmen, Koffer aufklappen, Regler einschalten und schon kann man hier ein bisschen entschleunigen, Eisenbahn spielen, rangieren, was man halt gerne machen möchte. Und Sie glauben ernsthaft, es gibt eine echte Zielgruppe von Menschen, die eine Eisenbahn mit auf eine Dienstreise nehmen und dann abends in ihrem Hotelzimmerchen ein bisschen brumm-brumm machen? Glauben wir nicht nur, wissen wir. Also gibt es wirklich, haben wir. Wir haben jetzt diese Koffer dieses Jahr sehr stark überarbeitet, also wirklich auf den aktuellsten Stand der Technik gebracht. Haben die eben auch schöner gemacht, also was die Landschaften betrifft, was die Hintergrundfelder betrifft und so weiter. Die Koffer selber haben wir aber schon seit einer Weile im Programm und wir würden diese Investitionen in die Verbesserung nicht tätigen, wenn die sich nicht verkaufen würden. Krass. Was kosten die denn so? Also wir gehen hier bei den kleineren Koffern bei 999 Euro los und bei dem Großen, der jetzt hier direkt vor uns steht, der hat dann auch zwei Bahnstromkreise, wo sich zwei Lokomotiven fahren lassen können, der liegt bei 1799 Euro. Also auch von der Preisstellung her schon was, wo ich sage, da muss ich ein gewisses Einkommen haben, um mir das eben leisten zu können. Ja, und das ist eine Entscheidung, das muss man schon wirklich wollen. Erstaunlich. Was kann ich denn jetzt an dieser Anlage machen? Also hier kann ich Geschwindigkeit vorwärts, rückwärts machen, ja, okay. Genau. Und die Knöpfchen da hinten, wo müssen die? Wir haben hier verschiedene Möglichkeiten, die Weichen zu stellen. Also wir haben hier vier Weichen, mit denen man dementsprechend auf den äußeren oder den inneren Kreis wechseln kann. Wir haben hier Beleuchtungen auch zum Beispiel, die in diesen ganzen Häusern verbaut sind. Und wir haben sogar, das ist ganz neu, hier die Möglichkeit, mit dem gelben Lichtdrehregler diese Beleuchtung in den Häusern zu dimmen, also heller und dunkler zu machen. Wird dann nur noch getoppt bei den Winterkochern, die haben wir da drüben stehen, durch einen beleuchteten Weihnachtsbaum. Boah, okay. Also ich bin mir sicher. Den man jetzt hier aber aufgrund der Messebeleuchtung nicht so gut sieht, aber wenn man hier ein bisschen die Hand hat, der leuchtet. Also da ist so ein Weihnachtsbaum, der auch beleuchtet ist. Und das ist eigentlich auch wieder so ein Thema, so Kindheitserinnerungen, Weihnachten, Modellbahnen. Das sind einfach Sachen, die die Leute damit verbinden und die die Leute wirklich entschleunigen, wo die Spaß haben beim Spielen und sich wieder an ihre Kindheit erinnern. Also ich bin mir sicher, für sowas gibt es auch eine App für 2,99 Euro. Aber ich glaube, wer richtig lässig sein will, der kauft sich dann mal eben für 1.800 Euro einen analogen Koffer. Ja, 2,90 Euro für eine App kann ja jeder.